Äh, Claudia! Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ich dachte schon, du kommst überhaupt mit mir. Entschuldige, aber bei dem Verkehr, bis ich einen Parkplatz gefunden habe, durchstehen fünf Minuten von hier direkt vor der Einfahrt. Legt jetzt noch? Nein, es gießt. Hat die Konzertagentur angerufen? Hast du wirklich damit gerechnet? Kannst du hier noch weiter jobben? Nein, die haben ab morgen hier eine Feste angestellt. Also manchmal möchte ich alles aufgeben. Ach, spinnig. Also dann, ich hol den...